Dienstag, 2. Juli 2024, die Tarotkarte des Tages, sind die Liebenden. Mein Rat, bedingungslose Liebe ist die größte Macht der Welt. Leute, versucht einander bedingungslos zu lieben. Liebe ist Barmherzigkeit, gegenseitige Vergebung und Freundlichkeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Mit freundlichen Grüßen, dein Tarotleser, Любomir Bogojavlensky. 2. Juli 2024, die Tarotkarte des Tages. 3. Juli 2024, die Tarotkarte des Tages. 3. Juli 2024, die Tarotkarte des Tages. 4. Juli 2024, die Tarotkarte des Tages.